Servus, gut und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, auf welchem Kanal denn sonst? Oder lädt du noch auf einen Kanal, Videos sucht, der vielleicht nicht dir gehört oder so? Willkommen, es ist wieder Banlist Time oder wie manche sagen, Liste der verbotenen Karten und limitierten Karten. Und falls sich jetzt einer fragt, warum das Bild schwarz ist, fragen wir doch lieber Rainy Brain. Oh, vielleicht sollten wir aufnehmen. Okay, ähm, gut. Ja, wir gucken uns wieder an, was die ganzen Yugi-Tuber zu der neuen Verbotsliste gesagt haben und kommentieren das Ganze natürlich in alter Manier. Warum sollte man auch diesen Free-Content nicht einfach mitnehmen? Ich hab doch eben gesagt, ich hab gute Laune und jetzt vermiesst du mir die Laune mit so einer Info. Tja, so ist das eben. Fangen wir einfach mal mit CKF Phoenix an. CKF Phoenix hat schon bereits öfters auf Listen reagiert, doch er dachte sich diesmal, wir erklären die Liste nochmal von Grund auf. Verbotene Karten kann man nicht in seinem Main-Deck, Extra-Deck oder Side-Deck benutzen. Insgesamt darf man nur ein Exemplar einer limitierten Karte spielen und insgesamt darf man nur maximal zwei Exemplare einer semi-limitierten Karte spielen. Na gut, jetzt wissen wir Bescheid. Doch was hat sich eigentlich geändert? Gar Dragon LP ist verboten! Oh mein Gott, das kommt circa zwei Jahre zu spät, denn jetzt hab ich keine Lust mehr auf Yu-Gi-Oh! Doch neben LP wurde noch eine weitere Karte verboten und zwar Zodiac Drachzak. Was kann diese Karte eigentlich nochmal? CKF Phoenix? Zodiac Dryden ist ein Monster, welches als Quick-Effekt ein Monster auf dem, oder generell eine Karte auf dem Feld zerstören kann. Ja gut, er kann offene Karten zerstören. Knapp vorbei ist auf jeden Fall auch vorbei. Doch warum ist das eigentlich passiert? Und was könnte man sagen dazu, warum diese Karte überhaupt verboten wurde? Die Zodiac Dominanz war unfassbar hoch. Klar, stimmt auf jeden Fall. Zodiac wurde in sehr viele Decks gesplasht. Auch wenn man sagen muss, dass Zodiac Drachzak natürlich nicht die Problemkarte an sich ist. Die Problemkarte ist Zeus. Aber naja, es ist nicht das erste Mal, dass eine Karte gebannt wird für eben eine andere Karte. Doch kommen wir eigentlich zu der kontroversen Karte dieser Liste. Und zwar Sky Striker Engage ist wieder auf 1 erlaubt. Was sagen wir zu Engage auf 1? Gefährlich? Oder wie Julio sagen würde? Eine der brokensten Karten im Spiel kommt einfach auf 1 zurück. Chapeau, hätte ich nicht mit gerechnet. Doch bevor wir zur nächsten Karte übergehen, hat DTV nochmal eine ganz besondere Anmerkung zu Engage gehabt. Also die ganz guten Spieler unter uns Julio-Spielern, die können mit einem Engage schon sehr, sehr viel Schaden anrichten. Engage-Effekt, such mir was. Zieh eine Karte. Boah, bist du ein guter Spieler. Doch machen wir weiter, denn Dragon Link hat noch einen weiteren Hit abbekommen. Um genau zu sagen, ist Striker Dragon auf 1 gegangen. Viele haben eh nur einen gespielt. Wait a minute. Wenn man sich jetzt zum Beispiel eine Top-Liste anguckt, dann sieht man... Oh, man spielt ihn dreimal. Warum das denn? Liegt das etwa daran, dass Dragon Link eine Kombo hat, in der man mindestens 2 braucht? Hm, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, man spielt ihn nur einmal. Der hat einfach Bock, 3 zu spielen. Doch was gab es eigentlich noch Spannendes? Ach ja, Wunderhanks ist wieder zurückbekommen und ist jetzt einmal erlaubt. Doch warum eigentlich? Der war seit 2 Jahren oder so verboten und keiner weiß warum. Salam and Great war nicht mal ansatzweise Meter. Nicht mal ansatzweise. Seit 2019 oder so nicht mehr. Also komm schon. Stimmt, 2020 hat das Deck ja gar nicht getoppt. Doch es gab noch ein paar kleine Änderungen, die eigentlich ziemlich schnell abgehakt sind. Dann haben wir Doppel ihres Magier auf 2. Okay. Wen juckt's? Das weiß gefühlt niemand, warum sie auf 1 war. Und hier nochmal eine kleine Anmerkung, warum diese Karte überhaupt limitiert wurde. Das liegt einfach darin, dass es ein Pflanzen-FDK gab. Denn wenn man Einzelfeuerblütes-Effekt nutzt, kann man sich selbst ja holen. Also noch eine Einzelfeuerblüte. So hat man 3 Kopien in Friedhof und kann eben Einzelfeuerblüte wieder spezial beschwören und kann eben weiter loopen. Deswegen wurde diese Karte halt limitiert. Jetzt ist sie wieder auf 3 erlaubt. Interessiert keinen, denn der FDK von den Pflanzen gibt's nicht mehr. Denn die Karte, die das Ganze verursacht hat, ist verboten. Und der aufmerksame Zuschauer wird jetzt merken, hä? Da fehlt doch noch eine Karte. Die nächste Karte, die auf 1 gegangen ist, ist der gute Faschidosaurier. Und das macht für mich auch Sinn. Eine der unfairesten Karten im Spiel. Ja, der Faschinosaurus ist jetzt auf 1. Und natürlich zu Recht. Ich meine, Dino konnte dadurch durch quasi jede Handtrap spielen und konnte einfach spielen, ohne Angst vor Nibiru oder Ähnliches zu haben. Na klar, die Karte ist auf 1, immer noch spielbar. Und sie ist searchbar, denn wir haben dreimal Oviraptor und wir haben Fossildick. Das bedeutet, eigentlich spielen wir siebenmal diese Karte. Trotzdem ein guter Hit, stört ein bisschen die Konstanz und den Follow-up. Also zu Recht auf jeden Fall auf 1. Doch hier geht es natürlich nicht nur um die Karten selber, sondern auch, was die Yugi-Tuber so gesagt haben. Und deswegen schauen wir jetzt mal bei Rini Brains Video rein. Okay, was sagen wir dazu, Daniel? Ja, ich würde sagen, ich bin zufrieden. Das sollte das Meta ein bisschen verändern. Aber die beste Reaction überhaupt hat für mich auf jeden Fall DTV gemacht. Die eine oder andere Karte habe ich schon gesehen. Eigentlich habe ich schon alle Karten gesehen. Ach so, klar. Eine Reaction ohne Reaction? Nice. Doch wo wir gerade bei eigener Meinung sind. CK Phoenix hat seine Liste selbst bewertet und sagt dazu Folgendes. Also keine Liste, über die ich mich beschweren könnte. Keine Liste, über die ich wirklich eine qualifizierte Meinung abgeben könnte, weil ich eh in den letzten Monaten nicht großartig competitive gespielt habe. Okay, aber ja, immerhin habe ich ein bisschen rumschreien können. Das klingt doch super, oder nicht? Und das war es auch für diese Liste. Doch das Video ist noch nicht vorbei. Er wird uns wahrscheinlich wieder nicht mit reinnehmen in seinen Zusammenschnitt. Und das habe ich hiermit getan. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und viel Spaß beim Duellian. Ich bin echt interessant.